Weil die Kinotickets gerade so teuer sind, habe ich mich heute dazu entschlossen, einfach nichts zu zahlen. Wie? Ganz einfach. Es gibt dieses Gerücht, dass man sich mit diesen Warnwesten ganz easy reinsneaken kann. Also ab zum Kino, Warnweste anziehen und let's go! Nachdem mir mein Kollege das Go gegeben hat, ist der Moment der Wahrheit gekommen. Junge, ich kann es nicht glauben, es hat einfach funktioniert. Um zu sehen, wo ich mich als nächstes reinsneake, abonnieren.